Nachdenkseiten. Die kritische Website. French Open. Der internationale Sport wird zum Propagandazirkus. Von Tobias Riegel. Das gerade beendete Tennisturnier war geprägt von ukrainischer Meinungsmache und nationalistisch motivierten Ressentiments. Eine ungute Tendenz hat damit ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Durch Instrumentalisierungen internationaler Sport-Events für moralische Überheblichkeit sind diese Events ihres wichtigen Dienstes an der Völkerverständigung beraubt. Auch die unschuldige Sportbühne wird giftig politisiert. Damit wird ein zumindest potenziell ausgleichendes Forum, wo sich Sportler und andere Akteure verfeindeter Länder einem Mindestmaß an Umgangsformen unterwerfen und dadurch Begegnungen möglich machen, beschädigt. Verweigerte Handschläge, harte ukrainische Propaganda, inquisitorisches Verhalten gegenüber verdächtigen Sportlerinnen, nationalistische serbische Gesten auf dem Spielfeld. Der Verlauf des Tennisturniers French Open, 22. Mai bis 12. Juni, muss als unwürdig bezeichnet werden. Der FIFA oder dem IOC wird oft vorgeworfen, sie würden sich bei wichtigen politischen Fragen wegducken und sie würden in einer weltfremden Haltung versuchen, die Politik von internationalen Sportveranstaltungen fernzuhalten. Mutmaßlich, um autokratische Mitglieder in den Weltverbänden nicht zu verärgern. An den genannten Organisationen kann sicher viel formale und inhaltliche Kritik geübt werden. Aber in der Frage der unpolitischen Spiele ist die, zumindest offiziell und potenziell neutrale Haltung der Weltverbände meiner Meinung nach richtig. Wo es hinführt, wenn die Politisierung von internationalen Sportevents überhand nimmt, das konnte man gerade beim Tennisturnier French Open beobachten. Etwa in der Sendung Abseits des Inforadio des RBB vom Sonntag kann man den Zirkus verfolgen, in dem das Turnier vor allem durch das Verhalten ukrainischer Sportlerinnen verwandelt wurde. Der RBB-Beitrag war bei der Erstellung des Artikels nicht online verfügbar. Der Link wird nachgereicht. Die harten Äußerungen von Ukrainerinnen, die sich während des Turniers teils wie Sprecherinnen ihrer Armee aufführten, war dem Rahmen extrem unangemessen. Ebenso unangemessen war der inquisitorische Umgang mit der weißrussischen Spielerin Arina Sabalenka auf Pressekonferenzen. Sehr fragwürdig war auch der nationalistische Auftritt von Novak Djokovic bezüglich des Kosovo. Formal gibt es möglicherweise einen Unterschied, ob man die politische Botschaft direkt auf dem Platz verbreitet, wie Djokovic, oder in der anschließenden Pressekonferenz, wie die Ukrainerinnen. Aber bei beiden Situationen wird die Bühne des Sports missbraucht. Es müsste also für alle Seiten die politische Agitation bei internationalen Sportevents zumindest moralisch geächtet sein, sonst schaukeln sich die Seiten gegenseitig hoch. Auf der unpolitischen Sportbühne sollten meiner Meinung nach auch Mindeststandards des persönlichen Umgangs eingehalten werden. Ein verweigerter Handschlag, weil die Kontrahentin die falsche Nationalität hat, finde ich inakzeptabel. Die völkerverständigende Wirkung von ultrakommerziellen Großveranstaltungen wird zu Recht in Zweifel gezogen. Bei diesen Events ist viel Korruption, billige PR und Heuchelei im Spiel. Aber meiner Meinung nach gibt es bei internationalen Sportveranstaltungen eben trotzdem noch die andere, die unschuldige Ebene, auf der sich Bürger verfeindeter Staaten freundlich begegnen können, auch wenn ihre Generäle Krieg führen. Das gilt für die Sportler, aber auch für das international gemischte Publikum. Eigentlich gibt es ja das Gebot der politischen Neutralität bei WM, Olympia etc. Doch es steht unter Beschuss, weil es nicht mehr zeitgemäß sei. Diese Tendenz wird vor allem von westlichen Medien befördert, weil sie die Chance sehen, auch auf den großen Sportbühnen noch propagandistische Punkte gegen ihre autokratischen Widersacher machen zu können. Im Artikel Ausschluss russischer Sportler im Olymp der Doppelstandards haben wir dazu geschrieben. Kultur und Wissenschaft sollen offensichtlich ebenso politisiert werden wie der Sport, der etwa durch die Kampagnen zur WM 2018 oder zum russischen Staatsdoping bereits propagandistisch aufgeladen wurde. Auch um die durch die unverfänglichen Veranstaltungen möglich werdenden Dialoge zu unterbinden. Neben der politischen Ebene soll zudem die friedliche und unpolitische Begegnung der Bevölkerungen bei Sport oder Kultur torpediert werden. Ein verwerflicher Angriff auf die Völkerverständigung. Zitat Ende. Die Tennisspielerin Sabalenka hat sich kürzlich vom eigenen Präsidenten distanziert. Das soll hier aber nicht thematisiert werden, denn die öffentliche politische Unterwerfung darf meiner Meinung nach nicht Voraussetzung für eine würdige Behandlung von Sportlern, Künstlern, Wissenschaftlern etc. sein. Wurden US-Sportler ebenfalls dazu genötigt, sich öffentlich von den zahlreichen US-Kriegen und von ihrer Regierung zu distanzieren? Diese Praxis soll hier aber keineswegs eingefordert werden. Auch US-Sportler müssen meiner Meinung nach von der politischen Instrumentalisierung befreit bleiben. Dann verbietet sich aber die gleiche Handlung gegenüber den Russen, zumal eine Verurteilung der Russen bei gleichzeitiger Duldung der erheblich gravierenderen US-Kriegsverbrechen die Welt moralisch auf den Kopf stellt. Bühne gegenseitiger Moralpredigten Im Artikel Fußball, Politik und die Regenbogenmoral haben wir zum gegenseitigen Hochschaukeln bei der Sportpropaganda am Beispiel der Regenbogenbeleuchtung bei einem Spiel gegen Ungarn festgestellt, eine Erlaubnis der UEFA für eine solche Selbstdarstellung der Deutschen als die besseren Freunde der Nicht-Heterosexuellen wäre ein fragwürdiger Präzedenzfall gewesen. In Zukunft hätten sicherlich zahlreiche Länder dieses Recht der politischen Eigenwerbung ebenfalls für sich eingefordert. Würde die Ukraine die russische Mannschaft dann mit einem den Nazi-Sprüchen illuminierten Stadion empfangen dürfen, die sie bereits auf ihre EM-Trikots drucken wollten? Dürfte man die Fußballmannschaft der USA dann künftig mit Illustrationen von Drohnen und anderen Kriegstoten empfangen und auf der Bühne der Sportveranstaltung dem Land die Leviten lesen bzw. stellvertretend seinen Sportlern? Und wie würde wohl die deutsche Mannschaft zukünftig empfangen, wenn man den Deutschen nun ihre moralische Überheblichkeit hätte durchgehen lassen? Die Leipziger Volkszeitung hatte anlässlich des damaligen Spiels Deutschland-Ungarn folgendes Szenario beschrieben. Zitat Ende Gerade in Zeiten von Krieg und Spannungen müssen unpolitische Räume der Begegnung und der Völkerverständigung offen gehalten werden. Im zitierten Artikel hatte ich außerdem geschrieben, Manche Beobachter würden durch die Präzedenzfälle mögliche Politisierung des Sports vielleicht begrüßen, endlich würde dann Haltung gezeigt, ich würde darin eher eine Gefahr sehen. Zum einen wäre das von den eigenen geopolitischen Interessen motivierte Anprangern von Missständen der anderen immer selektiv, der unhaltbare Geist von Wir sind die Guten würde mitschwingen, Zum anderen würde der Sport den letzten Rest seines Potenzials der Völkerverständigung einbüßen und würde zur Bühne gegenseitiger Moral predigten. Politische Zurückhaltung im Falle von IOC oder UEFA stets als ein Einknicken aus niederen geschäftlichen Motiven zu beschreiben, finde ich kurzsichtig. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.